Robert Melanchthon Metcalf gilt als der Erfinder des Ethernet-Leben. Metcalf erwarb am mit zwei Bachelor-Abschlüsse in Elektrotechnik und Industrial Management. In seiner Doktorarbeit an der Harvard University beschäftigte er sich mit dem Thema Paketvermittlung in Computernetzwerken. Während seiner Doktorarbeit arbeitete er im Xerox Palo Alto Research Center und wurde mit der Aufgabe betraut, die Firmenrechner miteinander zu vernetzen. Auf der Basis des ersten funkbasierten Computernetzwerks Alohanet entwickelte er 1973 zusammen mit David Box eine modifizierte, kabelgebundene Netzwerktechnologie, das Ethernet. 1979 verließ er Xerox, um seine eigene Firma 3Com, einen Hersteller von Komponenten für Computernetzwerke, zu gründen. Er überzeugte erfolgreich die Firmen DEC Intel und Xerox mit ihm zusammenzuarbeiten, um Ethernet zum Standard zu machen. Damals konkurrierende Techniken waren die proprietären Systeme Token Ring und ARCNET. Die beide bald in einer wahren Flut von Ethernet-Produkten unterging.com wurde dabei zu einem großen Unternehmen. 1980 wurde Metcalf mit dem Grace Murray Hopper Award ausgezeichnet als Anerkennung seiner Leistungen um die Entwicklung lokaler Computernetzwerke. Insbesondere der Entwicklung von Ethernet zog sich Metcalf aus 3Com zurück. Er war zehn Jahre lang Herausgeber des Magazins InfoWorld. Siehe auch Metcalf'sches Gesetz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017